Jetzt ist er 1.50. Jetzt ist er 1.50. Jetzt ist er 1.50. Jetzt ist er 1.50. Du hattest nicht Doppelklick gemacht. Was man einmal kommt, ist es nicht Doppelklick. Wenn er nicht kommt, ist es einfach... Du kannst auch 3-mal klicken. Machen wir mal beim nächsten Mal. Ja? Setz dich hierher und machen die Spiele. Machen wir die Spiele. Machen wir die Spiele. Du machst. Jetzt ist er. So, das kannst du ja jetzt aufschreiben und du bist fertig mit dem Schreiben. So, jetzt kannst du ja rausgehen und aufschreiben. Jetzt gehst du ja raus.